Eine neue 2-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Leipzig. 1995 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 44 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 409 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017